Audio Jumbo Audio Jumbo I'm OG, I'm new to the game Audio Jumbo 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 Los jetzt! Los jetzt! Drauf! Drauf! Run, run, run! Fall! Los! Präzise Pässe! Einsatz! Ich will einsatzen! Ich will einsatzen! Los imerales geben! Ich will einsatzen! Ich will einsatzen! Das Spiel Dijon gegen Paris Saint-Germain! In den letzten Jahren wurde der französische Fußball von einer Mannschaft absolut dominiert und das war Paris Saint-Germain. Und das lag natürlich auch an den Spielern, die man nach dem verpassten Titel 2012 holte. Denken wir an Ibrahimovic oder auch an Cabane. Hier haben wir die Einblendung, so läuft die Heimmannschaft heute auf. Griezmann! Der Assistent entscheidet richtig! Antoine Griezmann! Griezmann! Riesenchance! So wünschen wir uns das! Frühes Tor in dieser Partie! Jo, so kann es weitergehen! Das war sehr gut! Achtung jetzt! Er versucht! Da macht er ihn rein! Und an diesen Flachschuss kommt der Torhüter nicht mehr ran. Gab sicherlich schon schwierigere Aufgaben, aber er steht es 2 zu 0, das dürfte ihn Ruhe geben. Antoine Griezmann! Der Ball ist drin! Viel höher hätte der Ball nicht kommen dürfen. So geht er unter die Latte und ganz wichtig ins Tor. Da zieht er ab! Bersi mit dem Tor! Gut gemacht, der hat den Ball erobert. Wird es gefährlich jetzt? Antoine Griezmann am Ball. Da können sie erstmal klären. Griezmann! Riesenchance! Und er trifft! Der dritte Treffer von Antoine Griezmann. Der ist heute in überragender Form. Gute Ballführung. Und das will er jetzt alleine machen. Griezmann! Das ist der Treffer! Der Torhüter ist ohne Chance. Der Ball fliegt in den Winkel. Jetzt Thiago Silva mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Und da ist das Tor! Tor! Hat er was das dritte! Den bekommen sie heute überhaupt nicht in den Griff. Was für eine Leistung! Seht ihr das? Kommt schon! Ich hab ihn drauf! Jetzt hat er den Dreierpark! Wahnsinn! Bei ihm klappt heute wirklich alles! Und diese Führung ist doch mehr als deutlich! Riesmann am Ball! Jetzt müssen sie aufpassen! Pastore! Nehmer am Ball! Und jetzt die Chance! Da steht die Abwehr sicher! Jetzt bekommt er seinen Abgang! Super Spiel! Und jetzt hat er Feierabend! Ständig präsent! Dem Spiel seinen Stempel aufgedrückt! Tolle Leistung! Was denkst du über die heutige Leistung von Griezmann? Eine unglaubliche Leistung! Ein Tor schöner als das andere! Der hat das Ding ja quasi im Alleingang gewonnen! Ich sag mal kurz und knapp! Klare Angelegenheiten! Ja, Wolf Dominant! Jetzt der Spieler des Tages! Ja, natürlich! Also normalerweise wird der Spieler des Tages der beste Spieler! Das bin ich! Haben Sie manchmal Angst zu selbstbewusst zu werden? Ne! Ich weiß wie gut ich bin und ich weiß was ich kann! Alles andere kommt von selbst! Ich hoffe sie können weiter so gut spielen! Danke Alex! Danke! Dann hast du ihn aus? Danke! Dein Minister er wurde laisseuf! Na das! Helix ist immerhin da in Ordnung! Der counterpart Menschenзаśli! Aufmerksamkeit und flach sie bereits z drones! Ok! Vielen Dank.